Heute sind wir hier beim Kunden, der baut einen neuen Schlachtbetrieb. Wir tun wir gerade die Hauptkomponenten für die Kälteerzeugung einbringen. Ein großes Verbundsatz mit CO2 als Kältemittel. Wir bauen hier die komplette Verbundanlage für den Betrieb von dem neuen Schlachtbetrieb. In der zweiten Ausbaustufe kommt auch noch ein neuer Verkaufsraum dazu, wo bedient wird über die Kältetechnik. Und vom Schockfroster bis zum Zellegeraum sind da alle Räume dabei, die eine Kältetestnisseversorgung brauchen.